Seit hunderte von Jahren werden die Treben von den Bauern bei der Brauerei abgeholt. Treben, das ist das ausgelaugte Malz, das was nach der Bierproduktion übrig bleibt. Wir haben halt einen kleinen Hof mit 20 Kühen. Seit X-Generationen, ich weiß gar nicht wie viel, und da lernt man halt von seinen Eltern schon, was gut für unsere Kühe ist. Als Bauer muss man viel arbeiten, aber man darf sich dann schon einmal was Gutes geben. Weil das Beste von Malz, das genehmigt man uns natürlich schon selber. Ich bin der Konrad, ich bin Bauer aus Leidenschaften.